Moin Freunde, heute sind wir in Saarbrücken und da warten wir noch auf einen Gast. Gucken wir mal wer heute kommt. Ja jetzt kommt hier sogar Mr. Community, der Michael Bernhard. Grüß mal den doch mal alle recht herzlich. Wenn ich die Gelegenheit habe, muss ich sie doch nutzen. Da werden noch einige drauf gehen für den botanischen Garten und damit habe ich absolut nichts falsch gemacht, mit Sicherheit nicht. Ja ich war jetzt mit dem lieben Michael im Shop und da gibt es schon eine traurige Mitteilung. Leider an der Pappwand ist nicht mehr mit selber befüllen. Tja das ist ja schon mal sehr traurig. Dann schauen wir mal, weil wohl demnächst auch Papiertüten kommen sollen. Dann habt noch viel Spaß mit dem Video anschauen und vielleicht sehen wir uns bald mal.